Wir sind jetzt hier in der Schlosserei an der IGAS 33 und wir reden mit Bettina, mit Nora und mit Johannes. Und was macht ihr da? Also es ist eigentlich eine kulturelle Zwischennutzung, die wir für zwei Monate beanspruchen können. Und zwar haben wir das von der Stiftung Habitat zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind einfach Räumlichkeiten, die drei, vier Räume beinhalten, wo wir diverse Events durchführen können, Barbetriebe von Donnerstag bis Samstag sicherstellen und einfach Leute in Basel beglücken. Wie sind ihr denn an die Räumlichkeiten gekommen? Also wir sind eigentlich auch mehr oder weniger über eine Drittperson hierher gekommen. Diese Räumlichkeiten wurden schon mal genutzt für eine Ausstellung letztes Jahr. Und jetzt hat eben die Stiftung Habitat gefunden. Mal, diese Räumlichkeiten sind sowieso leer. Also wieso sollen sie leer bleiben? Und wir dürfen jetzt bis zum Juni, bis es wieder eine Ausstellung ist, während der Art Basel, dürfen wir einfach hier verschiedene Sachen machen. Also was ich weiss, ist einfach, dass es jeden Freitag eine Silber-Citro-Bar geben würde. Ich bin im Silber-Citro-Outfit. Mein Partner ist der Platin-Pepita. Und wir werden jeden Freitag den Laden schmeissen und schauen, dass es eine gute Stimmung gibt. Kulturelles Projekt. Also das ist ein grosses Wort. Was können wir uns da vorstellen? Also wie gesagt, es ist so, dass wir von Donnerstag bis Samstag jeweils haben wir mehr oder weniger ein fixes Programm. Also gut, nein, fix ist viel gesagt. Aber es gibt auf jeden Fall immer Bar. Es gibt immer mal wieder Kinoöben, Ausstellungen, Konzerte, DJ-Sets. Ähm, was noch, Installationen, Theatergruppen. Also es kommt immer wie mehr zusammen. Immer wie mehr Leute würden halt gerne ihr das Zeug endlich mal zeigen. Und wir hoffen, dass wir möglichst viel ins Programm reinnehmen können. Coole Sache. Aber ähm, ich habe gelesen, es werden auch Seife-Workshops durchgeführt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, Seife-Workshops, das ist richtig. Das findet auch statt. Da kann man sich einfach vorher anmelden. Und kann dann selber mit dem Seife, wie heisst das? Seife-Fritz? Seife-Fritz. Ähm, Seife produzieren. Ähm, organische Seife, genau. Also wirklich alles, was irgendwie zusammengekommen ist, haben wir aufgenommen und geguckt, dass wir es irgendwie noch ins Programm bringen können. Ja. Ihr habt eine Facebook-Seite und einen Blog. Kann man sich da anmelden, wenn man irgendetwas hat? Oder was ist die Idee? Ähm, ja, das kann man nach wie vor. Und zwar unsere E-Mail-Adresse. Wie ist die schon wieder? SchlossereiBasel.gmail.com Genau, also SchlossereiBasel.gmail.com Also wenn ihr Ideen habt, nach wie vor könnt ihr euch bei uns melden. Wir schauen. Es wird langsam knapp, aber es gibt nach wie vor die Möglichkeit, euch bei uns zu melden und euch ein Projekt vorzustellen. Noch eine Frage an den Bargeber. Ich habe, äh, ausgesprochen feines Bier vorher getrunken. Äh, der Lukas Holm ist der Brauer. Ist das wahr? Äh, das scheint so zu sein. Äh, das weiss ich auch nicht genau. Ich weiss nur, dass Mario heisst. Und es ist benannt worden nach dem grössten Trinker von dem Bier. Von daher kann es schon sein, dass Lukas Holm das gebraut hat und sein grösste Fan hat und dann den Namen gegeben. Aber ich kann es gerne noch abklären. Und es ist eine echte Basler... Es ist eine echte Basler Braukunst, die hier zu konsumieren ist. Wir haben in der Zwischenzeit leider müssen sie weg sein. Es gibt Feldschlössle. Der Durst am ersten Abend ist so gross gewesen. Aber ich bin sicher, äh, die Braumaschine oder der Braukessel läuft heiss. Cool. Danke vielmals. Ja, merci. Viel Glück. Danke. Danke.